Warte, ich muss auch gucken, ob ich Left 4 Dead eingepackt habe, ja. Ach Leute. Sind wir bereit? Jo. Mein Spiel ist abgestürzt. Komm jetzt, Grants. Wir schmeißen nur ein bisschen locker. Ah doch, geht. 3, 2, 1. Herzlich willkommen Leute, zurück zu Left 4 Dead 2. Heute mit Grants, Goro und auch mit Kapuze. Ja, hallo. Mit dem Gegner-Team, mit Anne, Lobios, da hatten wir schon ein Trap. Was lachst du eigentlich? Ja, ich weiß nicht, dass Kapuze hast. Goro hat es ja lustiges Lachen. Was? Kapuze, du kannst die hier am Anfang direkt runterziehen. Danke. Nein, pass auf Kapuze, ich bin jetzt der Überlebende, komm mal her, du bist der... Ja, warte, warte. Wo muss ich hin? Hier, wo ich bin, der Jockey, der Schindling. Also du gehst da links hoch, hier. Ja. Ja. Und wenn die hier über diese Brücke laufen, dann ziehst du. Ich überleg grad, der Charger bleibt hier bestimmt wieder hängen. Du bleibst bestimmt hier an der Kante hängen, das kannst du bestimmt nicht. Meinst du hier bleib ich auch hängen? Ich weiß das nicht. Ich probier das, ich hab die Map noch nie gespielt. Also du könntest vielleicht hier rüber schaffen. Ja genau, das versuche ich. Könnt... Ach, die Frage, gar nicht, ob's los ist. Doch, doch, die haben mich schon gefragt. Doch, ich hab schon Yo gesagt, Leute. Ist das alles geklappt? Jetzt gleich, jetzt gleich. Kannst du das große aufdrehen? Uh, ne, ne, ne. Warte. Mach dich warm, John. War mich warm, ich bin schon ganz nett. Locker die Zunge. Oh, warte mal, geh ich. Ach, shit. Oh, Grant. Ja, ich geklappt. Aber, doch, das hat super geklappt. Nee, du bist sogar komplett runtergewandt hin. Ja, ja, ich leb aber. Ich glaub, du kennst du den Trick gerade? Ja, jeder kennt den Trick. Mit der Zunge von mir, ne? Ja, das ist... Ach so, dass du's bist, das glaub ich... Ja, das gab's ja schon bei Left 4 Dead. Ja, ja, das ist der Klassiker. Wo gehen sie hin? Nee, die wissen nicht, wo sie lang müssen. Aber ich glaube, er aus dem ersten 10 ist... Hat er grad mal ne Pipebomb geworfen. Crams hat sie gewonnen. Crams ist von alleine jetzt. Den ersten 10. Dann nehmen wir nix jetzt! Ach, oh! So far, die ist runtergesprungen! Ich lebe aber, ich hab nicht geschafft. Ich hab die dadurch, die dadurch habe. Ich hab meine dadurch nicht getan. Lol, okay. Sollen wir die... Sie ist von alleine runtergesprungen. Ja, komm, warte. John, warte. We're going to love you. 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 Wir sind echt dran. Was? Was? Aber wenn ich die... Dann wärst du da echt. So, wir machen mal neui. Ja, das stimmt.